Ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem Süden von Deutschland und wenn ich mal kein Sport mache, studiere ich Wirtschaftsingenieurwesen in der RWTA. Mitglied bei der studentischen Eigeninitiative Sky Campus. Wir organisieren wöchentliche kostenlose Events, bei denen ihr Yoga und Meditation sowie Atemtechniken ernähren könnt. Für mich persönlich sind die Techniken immer hilfreich, wenn ich in einer stressigen Lebenssituation bin, um fokussiert und konzentriert zu bleiben und das Leben im Hier und Jetzt genießen zu können. Ich freue mich sehr, euch zu unserem einzigartigen Event zum Thema Building Resilience Within einladen zu dürfen am 23. Mai. Der Gastrainer Govodev Sri Sri Ravi Shankar, der ein weltweit renommierter Friedensbotschafter ist und auch schon Vorträger in Harvard, Yale sowie vor der UN gehalten hat, wird das Thema Stress und Resilience im Studienalltag adressieren und eine kleine Meditation anleiten. Nutzt die Chance und seid dabei. Wir freuen uns auf euch.